Ich möchte jetzt ein Termin bei Tom Herzner. Sehen Sie auch nur eine einzige Frau hier? Sind das keine Titeln unter ihrer Blüse? Ja, aber die sind nicht echt. Ihr wolltet die Männerserie? Es funktioniert noch nicht so ganz. Entdecken Sie lieber, was Frauen wirklich wollen. Ich bin schwul, verdammt nochmal. Homosexuell, vom anderen Ufer, andersrum. Eine Tucke. Der Laden ist süß, in echt etwas gewöhnungsbedürftig. Machst du eine auf Gangsterrippe? Willst du so arbeiten? Ich hab ja auch einen Ruf zu verlieren. Horst? Jetzt musst du unbedingt Horst sein, ja? Was suchst du dir? Hast du jemals deine Sexualität in Frage gestellt? Da bist du wahnsinnig. Eine Frau? Aber du liebst doch Frauen oder etwa nicht. Frauen sind rechthaberisch. Sie sind beherrschend. Sie halten dir die Nase zu, wenn du schnarchst. Wow. Du verliebst dich nur in Tom, weil du ihn nicht haben kannst. Deine Liebe wird auf keinen Fall erwidert werden. Was ist denn los mit dir? Gehst du breitbeinig? Das stimmt! Vielen Dank.